Sputnik, dein Magen. Den hier kennt man, ne? Das ist Alicia Keyses und Jay-Zes oder an New York und das Ganze gibt's auch in Magdeburgisch. Ja, ja, wir haben keine Bronze im Norden von Magdeburg, wir haben Oldenstedt und das ist fast zu gut. Der Dom ist in der Stadt weit zu sehen, weil er sich schon ewig über die Dächer dieser Stadt erhebt. Wir gehen hinein und ich zeig dir Krypten und den Kreuzgang, alte Schriften unterscheiden mir. Du triffst deine Entscheidung, du bleibst hier bei mir und den Helden dieser Stadt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.